Currywurst zum Frühstück. Ich liebe Currywurst. Es sind wirklich große Leidenschaften von uns beiden. Also die Currywurst ist eine große Leidenschaft. Es war einfach klar, dass wir darüber irgendwann ein Lied machen müssen. Tatsächlich lief der in Neuseeland bei einem Online-Werbespot für eine mobile Currywurstbude. Da haben sie uns eingefragt, ob sie den verwenden dürfen und der läuft auch heute noch. Der läuft heute noch bei YouTube. Könnt ihr gerne schauen. Currywurst Neuseeland. Ja Ingo und ich sind früher auch regelmäßig Currywurst essen gegangen. Eigentlich fast täglich. Ja wir hatten zwei Favoriten. Wir können ja auch Werbung machen. In Missbauer, in Rottweil. Den anderen gibt es nicht mehr. Und wir hatten nie Geld. Aber wir sind fast täglich Currywurst essen. Wir haben irgendwo immer das Geld hergekriegt. Irgendwo. Wir wissen es nicht. Currywurst zum Frühstück. Currywurst ist geil. Currywurst zum Frühstück. Currywurst muss es jetzt sein.